servus leute wir sind wieder zurück davis x wo die kann das ja sehr gut alles gut ja heute kommt das langersehnte championship und der langersehnte battle mode langerseht guter witz wahrscheinlich am freilag online also das erste video jetzt und mal gucken auf jeden fall fangen wir jetzt mal an die restlichen chance auch zu zeigen indem wir jetzt einfach mal ein paar turniere gegeneinander machen und auch ein paar turniere im team und auch zusammen wo die wählt den ersten charmer gut wie noch mal noch nicht gezeigt die haben wir nicht gezeigt den fakes und guck mal nicht gezeigt raken er kann es aber noch mal zeigen was ist jetzt blazer weg das alte im prinzip kennt man ihn nicht in dem stadt der ist echt mies ist der mies ja aber er ist zu besiegen kannst du mal spielen ok wenn du mal zu zeigen feier dennis so geht das natürlich wenden ok den haben wir jetzt noch ja gut ich glaube ich spiele den fakes und gucku der ist schon nicht schlecht eigentlich wollte ich das aufs fressbrett kriegt deswegen spiele ich ihn jetzt in irgendein paar habe ich gespielt ja komm ich spiele das einfach um gezeigt zu haben in irgendeinem part habe ich nämlich gesagt dass er noch aufs fressbrett kriegen dafür dass es sich so ein gucku nennt aber ich kämpfe nicht gegen white tiger nein nein obwohl du bist eigentlich unfair du kannst gegen die besiegen das kann wieder alles klar alles klar ja bei mir kannst irgendeinen guten aber zum gucku das ist auch schon wieder so und der zum unfeffere verteidigung ja das stimmt aber weiter leo x er das geht das geht und gegen wie gero ja die zähne schlecht wo spielen wir spielen wir im dragonball turnier oder normalen ja und was machen wir deswegen controller normal oder normal ist immer gut das normale turnier ja wir können ja immer wechseln wir können dann wechseln ja ja okay let's go ohje so ich mit feier dennis ja mal gucken was der noch so kann weil es ist oh ja stimmt den konnte er ich weiß jetzt seine ganzen tastenkombinationen gar nicht mehr ich bin völlig lost wir hätten vielleicht mal alle testen sollen bevor wir jetzt aufnehmen ich bin völlig lost hier alle ich bin so lost oh ich bin das messer und werf es auf die alter das was geht alter alter guck mal alter scheiße bruder jungen jungen jetzt haust du aber raus ja du musst kommst hier keine einen fernricht diesen verfolgbar sind der ist richtig unfair der zockt richtig mies ja ich weiß noch was ich weiß grad nicht oha oha alter ja da seht ihr schon mal den henry also diesen leo x der ist auch nicht von schlechten hast du nicht oi 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 der zerfältst du der hat seinen boh jetzt hau mal der technik raus digga ich versuch es nein nein oha oha ball ball nein was oooh 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 scheiße das war ne krass erste runde da musst du auf jeden Fall noch reinkommen aber die haben nichts drauf als Computer hat er nichts drauf ne ne das weiß ich aber als Super Saiyan glaube ich schon mehr ne der setzt nichts ein digga also nett viel ich glaub das hat viel mal gespannt du gegen mein normales ja jetzt ich hab jetzt grad noch groß reden gehalten aber ja gut das ist das normale gegen dieser nette oh god warte kurz ne ich seh es schon kommen warte kurz ich seh es schon kommen ich hab gar nichts drauf digga was kann der was kann dieser fake shongoku du bist ja mal sowas von lost ach ich drück die ganze ich bin so blöd ne ah ja stimmt das kann er ja die ist gut digga ich drück die ganze r2 ich vollidiot das ist nicht gut digga damit kriegst du nix hin oh ne dischstuck 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 hey das ist doch verkackt oder das ist verkackt hey wer kann die das war wahrscheinlich ding wie geht er ne ne ah elektro oh mein god ja gut ich kann das halt mit destructors in echt macht er glaub ich was anderes ja gut aber der mit der der soll ja eh auch die Kräste kriegen ja aber das ist auch cool ja das ist auch nicht schlecht aber es sieht halt komisch aus so jetzt kannst du halt nur hoffen dass der wirklich nix macht dann kannst du nämlich endlich mal testen ja gut der kickt halt ne Alter hast du dir zu glück gekickt aber was ein kick bruder digga ich krieg dann nichts raus ne ja das ist das nein 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 nicht alle drei tasten ich glaub da kann er nix da kann er nix ich glaube nicht was kann der eigentlich ich hab gedacht der wär krass unfair ja mach mal ähm mach mal kreis ja genau der macht nix nicht viel hab ich gesagt ich hab gesagt der macht nicht viel mach mal kreis äh viereck ja genau ah ja geschützt das war's mit ihm das ist halt das miese Alter hab ich wenig Leben Alter wie soll ich das schaffen Mann ja Digga ich hab ja auch einen Kampf vor mir und Davis ist stark der war krass ja der war wirklich krass der war aber viel zu krass der war aber viel zu krass der hat glaube ich hatte nicht unendlich Key gehabt nee 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 hat er nicht hä das ist wie eine normale Firen alter außer dir halt noch ja der kann aber noch mehr warte mal ha der konnte noch so ein was konnte denn noch ah ja genau die die tappst du da Alter zieh die scheiße aus ja aber die zockt boom ich frag mich eigentlich warum ich den überhaupt geholt hab ich wollte den mal testen er sah auf dem Bild ganz vielversprechend aus alle so wichser ja ja so toll ist er wirklich nicht aber der konnte noch so ein Ball aber ich glaub das dafür ist die der Structure Disc nochmal kurz ja aber mehr als der Fire Dennis kann er schon ne ich weiß nicht Fire Dennis kann ja auch noch ein bisschen mehr ja ich mein ich mein Firen ah ja das stimmt komm ich glaub ich hab genug gezeigt weiß es kann nicht mehr ich glaub der kann echt nicht mehr nur noch diesen Ball noch ja und dafür ist die du schüttel ja aber der Ball wär krasser naja scheiß drauf kann man irgendwann vielleicht mal zeigen ok ja ha du wichser willst du gleich killen alter du blöder Hund alter komm her dann kriegst du mal ein blä 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 alles klar tja das war's für dich keine Chance tja das war's für dich die Bälle sind zu übermächtig ja gut ok ja war zu erwarten spätestens mit keinem Leben ja das ist halt ein Fake so ein Goku sowas kann eben nur ein Du wolltest das auch aus Röst britisch richtig und das hat er auch bekommen so wen spielst du jetzt sag du mal also wie soll man das spielen Digga mach halt Electro mal Electro oder wollen wir das Stunny Battle mal machen wir ich dachte das machen wir zum Schluss zum Schluss das beste kommt auch immer zum Schluss ok Electro also auch nach Widi und Nio Electro ne ich nimm Ray nimmst Ray oder muss ich mir was jetzt muss ich mir was überlegen ich hab Bock auf Ray ich hab Bock auf Ray du hast Bock auf Ray gut Liso haben wir im Stage Mode gespielt also du soll ich den mal spielen soll ich mal wer haben wir denn noch den Diob Diob haha Leo X oder die ja der war schon gut aber da muss ich erst wieder reinkommen gegen Ray brauche ich schon was krasses alter ja gut aber viel bleibt mir noch aus ich musste jetzt ein wenig sonst nehmen ja ja alles cool ne ne komm ich mach mal auf ist ja egal wir zeigen dir ja erstmal nur so es geht ja hier um nix wir können irgendwann auch mal eine LF2 Challenge machen so wie wir es mit dem Gold Card Battle gemacht haben aber jetzt erstmal nicht so und jetzt spielen wir in wir wechseln einfach ab so weißt Tenkaichi ohja so aber du brauchst einen anderen Gegner ich brauch auch einen anderen Gegner und jetzt brauch ich immer noch einen anderen Gegner das passt doch das passt ja ok aber warum krieg ich wieder jetzt besiegst du ihn ja easy nochmal im Normalfall im Normalfall im Normalfall was ja nicht unbedingt immer der Fall ist ohje im Tenkaichi Dragon Ball oh nein die ist verkackt ey so ne gute Technik ne das ist ja wer verkackt denn da alles alter ey ohne Scheiß ist das so ne geile Technik und die ist einfach verkackt und ja gut ok ja das ist natürlich ziemlich scheiße ich glaub bevor wir Battle Mode machen guck mal hast du den gesehen oder hast du den gesehen also wir zeigen jetzt alle Chars und bevor wir Battle Mode machen ähm hast du den gesehen oder oh ne Davis Ark und White Tiger sind eigentlich so weit so gut ja den müssen wir irgendwann mal richtig zeigen guck mal du hast keine Kilo Opfer guck mal du hast keine Kilo Opfer aber der Rest geht ne ja der Rest aber die Technik ich glaub das liegt halt echt an das war halt seine beste Technik ne naja sofort Killer leh ich glaub ich hab einfach schon zu viele Chars so ach so eigentlich müsste er bei dem alles gehen wow du hast seine Technik ja die war nicht schlecht oh god der kann glaub ich gar nichts hier ist es nicht berechtigt ein Super Saiyajin zu sein er hat sich nur die Haare gefärbt der Hund guck mal das ist doch voll das Fake aber der schlägt alter der ist okay warte mal kurz guck mal her die ist seine Verteidigung ist auch gut ja 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 okay das ist Stress Structurisk und jetzt will ich nochmal die eine Technik ausprobieren nicht die das kann sich heilen okay boom alter zockt die okay die ist die schon die ist die schon der ist schon gut alter dann musst du noch was können ah warte mal kurz aber der hätte noch so ein paar mehr mehr können ah ja okay so ein Ball so ein Strahl wär das halt ne ja ach so der Ball sieht eigentlich schon mickrig aus aber er ist nicht schlecht und dann zocken wir mal natürlich dass nicht noch mehr Techniken verkackt sind gut bei der kann man nicht viel verkacken ja leute das ist halt echt so wenn man zu viele Chars auf LF2 lädt da kann es halt sein dass sich gewisse Chars sich gegenseitig halt warte ich nicht ahnung ob ich mächtiges geht so aus sich gegenseitig verkacken halt weil weil da irgendwas schief wird mit den Techniken ich frag mich ja selber wie das überhaupt funktioniert aber Raze mächtig aber nicht so wenn man mächtig wie Whitehug und Rave sind natürlich nicht das sind die originalen auch wenn ich den Stage 5 nicht so gut war ich find die Haare von dem voll verkackt von Ray aber das ist schwer das ist trotzdem ne gute Leistung von dem Producer das sieht trotzdem gut aus guck mal guck mal find dir mal einen Direktvergleich mit Fiersen Digga das ist verkackt ja das ist echt verkackt außer dein Bild da sieht es nicht schlecht aus ok dafür ist dieser Ball unbesiegbar scheinbar der Structure ist jetzt will ich noch mal wissen wie die Technik zockt warte wixer nein verdammt das war die falsche ah Dennis alter merkst du denn das nicht keine Ahnung what the fuck der muss noch mal mehr können kann ja nichts nach unten alter verkackst noch verkackst noch gewinn einfach ja ich vergewinnest einfach scheiß drauf ich teste zu viel Destructure Hunde, Sohn, Du Perfekt ok jetzt muss ich alles geben eigentlich will ich jetzt nicht die ganze Zeit verkacken auch wenn es mit Electro ist ja komm Alter oh deine lieben Alter die sind ja mal komm her nicht alle richtig lost Alter komm her nein hier kommt ein Wirbelstürm weil er hat wir haben die Wichtigste was war ein 8 die schaden ja die 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 du musst machen ja